So, da sind wir mal wieder! Hausmeisterbüro! Schwer zu lesen, oder? Und wir scheißen da... So lange herum. A Wahnsinn! Ich würde mal sagen, weiter geht's! Schauen wir, dass wir zum Hausmeister kommen. So, das ist das Weg, oder was? Zum Hausmeister. Eeeeee... Ja. Und da leuchtet's eh schon. Eee, da sind wenigstens zwei! Das ist wenigstens... Einflacher als die Femmefahrer. Wenigstens ein bisschen. Alter, so ein Battle! Der Klick! Da hat auch einer Klick gehabt. Bist du noch nicht? Einmal... So, du da unten an. Ich hab dich nicht vergessen. What? Tschüss! Oh, hey! Wir sind doch noch nicht bei dir, Alter! Kannst du mir nicht das so schnell... So, wenn wir hier noch... Wir müssen das cool ausschauen lassen. Gibt's ja nicht. Na gut. Dann schauen wir mal... zu unserem Bro vorbei. Den Hausmeister. Neue Missionen, oder was? Uiiiiiii! Also, da soll man definitiv vorbeischauen. Jetzt ist dieser Junge weg, sagt der Sohn von... Eikki Tehti. Mein Assistent wird weiterarbeiten und das Haus erhalten. In der Mille Lumps. Urlaub Humps. Eikki Tehti. Eikki Tehti. Eikki Tehti. Was hat denn dir die Verstopfung? Ja, klar! Ach du Scheiße. Was hat denn dir die Verstopfung? Huuu! Bleibt mir wursch! Oh fuck, oh fuck. Ich bin volles nicht gut. Komm, 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 ja, perfekt, ja, nur noch ein bisschen, nur noch das kleine Stückchen, ja, Mann, Gänger 5, alles, da beginnt man jetzt zu sehen, oder, ach du Scheiße, dann so mit einem Minigun, ja, macht er hier unten etwa, Urlaub, oder was, sind wir denn jetzt eigentlich, okay, da können wir mal nix, dann machen wir's mal so, bitte holz durch, bitte okay, da tut sich überhaupt nix, ich nehm einmal an, ich soll das folgen, ich war da nicht da ganz so sicher, okay, äh, wir sollten, ja, also folgen sicher, aber da so runter, ich weiß ja nicht, okay, okay, na gut, dann bin ich jetzt mal gespannt, wo uns der jetzt hinführen will, die Kühlpumpen anscheinend, okay, warte, schauen wir mal, alles, was wir da gleich sammelmäßiger ist, dazu kriegen werden, aber jetzt wollen wir das letzte Mal da sein schon, was haben wir denn, Astral-Werkzeug, habe ich da irgendwas geseheng gehabt, Schmetterer oder Ladeaufwerb, welchen haben wir denn überhaupt da, im Minig, welches, haben wir denn überhaupt da, so als Fabry, Dreh- und Schmetterer, ja, dann hätte ich gesagt, komm, Dreh- oder Schmetterer, so dreh kümmere leiden dafür den schmitter definitiv ich kann sogar ja dann nehmen wir einfach mal einmal da halt das was alles möglich ist wenn man natürlich auch machen wir haben da eine erweiterung was niemand denn den in dem fall feuerrat das ist der mit der einstürzt zurückstoß feuerrat geschoss geschwindig geschoss geschwindigkeit ist aber auch hat er nicht mal den richtigen stoss hätte gesagt immer davon den rückstoß da ist kein rückstoß mehr ich geh ja fast nähe, scheiße komm her, ich brauch her, ich brauch her ein bisschen was ich brauch her ein bisschen Leben das ist kein Problem ok, da kommen hier noch ein paar ja, ein bisschen wir haben auch noch eingesammelt ist auch gut Alter, Fünfer sind aber schon heftig starisch ich glaub wir haben ihn ich glaub wir haben ihn wir schauen was ein nach anderen kann aber auch sein dass das jetzt nur das war trotzdem ist das extrem scheiße na gut bis ist das bitte für ein Strich, oder? aber noch gut ja ja ab ins Hotel ist das ich bin nicht gespannt, was wir diesmal erleben werden 3 8 3 8 3 8 4 5 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 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 11 10 14 14 15 15 15 15 16 16 17 Okay, wir hätten auch so gehen können. Alles klar. Na gut. Sonst schaut es eher weniger so danach aus, wenn es das versteht. Facken wir jetzt so richtig? Wo fahren die Gegner? Ich warte ja so richtig drauf schon. Ob ins Licht oder was? Jui, jui. Wenn wir fix die Gondel da aktivieren, damit das dann zu uns hinfährt, dann fahren wir halt einfach rum. Ich habe doch gesagt, ich habe auf irgendwen gewartet. Das ist ja ganz leise. Das Drecksteil. Bist du so ein Möchtegernhaber oder was? Schaut man so danach aus. Schaut definitiv so danach aus, wie wäre das in so ein Möchtegernwüchse. Das war der Knopf. Das war der Knopf. Na komm schon, Dicke. Na komm schon. Geh mal, Alter. Geh mal, Alter. Alter. Oh, fuck. Oh, scheiße. Richtig shit drauf, Alter. Das Huhnkind. Alter, könnt ihr euch nicht gegenseitig auch treffen, oder was? Aber ich bin ja einfach, oder was? Bum, bum, java. Ein Wichser ist da noch da. Wehe dir. Wehe dir. Ich lande genau bei den Gegnern. Schön. Ah, schaut aber gut aus. Wie er sich so weggeschleicht, Alter. Fuck. Oh, shit. Wow. Wow. Alter, haben die jetzt auch schon extra Kräfte, oder was? Also der schon. Ja, der hat definitiv extra Kräfte. Ja, den kriegt man, den kriegt man locker. Einmal noch. Ja, nein. Komm, 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 komm. Schluck, schluck mit einer elendigen Drecksmutter. So. What do you battle lucha do? Ach, du shit. Seien wir froh, dass wir schon geübt sind. Seien wir froh. Seien wir froh. Wir kennen uns schon. Wir tun uns Gott sei Dank nicht mehr allzu sehr schwer. Aber trotzdem, bei gewissen Situationen. Holy. Aber nur Holy. Du wüsstest dann auch nicht, wie es weitergeht. Okay, sonst gibt es eh keine Sammlung. Alles klar. Dann haben wir sie mal umme. Diese Musik, Alter. Ja, ja, ja. Das ist, das ist richtig typisch. Wir sollten nicht rüber. Aber wir tun uns trotzdem. Betten, da kommen jetzt irgendwelche, die plötzlich schweben. Oder dann, wenn wir zurückfahren. 100%. Na, zurückgang brauchen wir, glaube ich, gar nicht mal. Weil wir sowieso dann vielleicht so einen Kontrollpunkt oder irgendein in der Richtung mischen. Ah, funkt ja nicht mehr, da war. Geht, kommentar. muss das ausprobieren oder also der gegner da gewesen wirst leute man muss ja quasi auch ein bisschen eine show draus machen es eher sein können dass du vielleicht immer gewesen wenn da jetzt keiner ist ja bis langweilig ist sie du musstet mal ein bissel eine dran fach gehen kontrol von fach gehen kann treu von drecklich der verarsch plötzlich ist alles so gechillt oder was ja voll nix rotes nix nada niente oder mole die typen nur hier wegen mir er hat mich wirklich gefragt dass das dann halt für rote dinge waren alles klar Ah, fuck! Okay. Nein, nicht schon wieder. Jetzt haben wir doch noch live und wir haben es geschafft. Jetzt können wir erst recht wieder alle mehr machen. Aha. Schön. PS an mich selber. Sollten sich das definitiv abgewöhnen. Irgendwelche Sachen auszuprobieren. Aha. Kommt schon ein Hurenketten mit den Scheißaketenwerfer. Boater. Der holt sich da seinen Scheißdreck und wir schaffen das nicht mehr abzuschießen. Ah, super. Was? Ich hoffe, dass es da weh. Komm. Na weh dir, na weh dir. Trau dir, trau dir, du Batluncher. Hohoho. Ah, manchmal war es so viel. So viel viel. Ah, wenn er schon vor meiner Fresse ist. Wieso nicht? Oh fuck. Schnell irgendwas hinschießen. Schnell irgendwas hinschießen. Schnell irgendwas hinschießen. Dauert eine Ewigkeit. Ja, den behalten wir gleich mal für sie. Okay. Perfekt. 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 Das soll dann auch gleich irgendwas leisten. Perfekt. 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 Wie gesagt, für den Scheiß-Trick würde ich Werbung machen. Zu Hause gibt es nur das. Okay, ich... Oh, Spide und so, den ganzen Scheiß-Trick. Man weiß es ja eh, aber... Ich bringe daheim nur den Scheiß-Trick. Oder vielleicht meinen grünen Tee ohne Zucker. Oder... Heutzutage, ja... Monster ohne Zucker. Also null Kalorien quasi. Oder die 10 Kalorien, das, was nach Eis-Tipfise und Eis-Tipfise schweigt. Das ist das Anzeige, da muss ich daheim trinken. Beim Essen gehen, da trinke ich auch Cola. Das ist ganz normal. Ich meine, wir gehen essen. Das mache ich dann schön. Wieso schaut das aus wie ein heftiger Boss-Fight? Alter, das kann mir jetzt keiner erzählen. Das ist normalerweise so ein bisschen so finale-mäßig quasi, Boss-Fight. Vom Feinsten. Okay, leck mich doch am Arsch. Das ist noch ein... Das ist Indie. Okay. Fixed. Aber vom Design her... Würde ich da jetzt schon zutrauen. Ganz ehrlich. Vom Design her... Definitiv. Definitiv. Also vom Designs-Technischen her... Weil das fix das. Okay. What the fuck? Oh shit. Hast du mich vermisst? Ja? Hast du dir in die Socken gepieselt? Ja. So, so, so. Die Bällen ist nicht beißen. Hast du gut gemacht. Nimm meinen Kassettenrekorder. Das Lied ist ein Geschenk von meinen Freunden. Es bringt dich durch das Labyrinth, damit du deinen Job tun kannst. Ah. Ist das wirklich passiert? Ah, das ist ja da. Wo das so hieß. Ah. Ach, schade. Ach, du Scheiße.